Glück gehabt, dass du nicht mehr abbekommen hast. Das Ding. Ach. Heilen. Äh. Von Thunder. Wortwind. Poison. Dann halt doch. Poison. Miss. Doch nicht Miss. Cool. Ich bin so immer. Äh. Magie. Bin es hoch und. Du wirst jetzt einfach mal. Hier einen super leckeren Muffin geben. Wegen Smarna und so. Jetzt bist du dran Augenbällchen. Das bringt irgendeine Imba-Attacke. So und jetzt spüre mein Zorn. So. Wie mache ich das jetzt bei denen? Ach stimmt ja. Ich hatte ja noch das hier übrig. Ich finde es ja nicht. Ich finde es ja nicht. Genesis oder. Ja. Ich mache es einfach das. in der Faces. Ja, ja. Wir kennen die Animationen schon. Erstmal war sie schön anzusehen. Aber jetzt ist sie eigentlich nur noch überflüssig. Und da braucht es uns Zeit. Immerhin will ich schneller sein als alle anderen. Auch wenn ich jetzt einmal schon gestorben bin. Ach Gott. Macht das wenig Schaden. Los. Du musst es richten. Maestro. Nein, da hin. Okay, okay, okay. Naja. Besser als die eine. Hey, fast alle tot. Ich bin begeistert. Es ist wirklich eine Chance für Survival, wenn sie geschnitten werden. Wenn sie mit einem Schaden getötet hat, das accuracy kann nicht sehr gut sein. Ah, okay. Instant kill. Das war also das, was mich da getötet hat. Aber dieser Schmerz. In meinen eigenen Weiden. Lässt sich leider nicht vermeiden. Ich weiß nicht, ob es das alle angreift. Ja, greife ich mich mal alle an. Uh, Vogel besiegt. Lightning vor der Wien. Und weh, da kommt jetzt noch eine Weide. Alten. Das kann doch gar nicht angehen hier. Mit viel Glück, diese Dämchen. Teile alle überleben. Feuer. 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 Feuer, Feuer. Würde ich das sagen. Hey, ich hab Bomben bekommen und Zeugs. Ist kein Schwer im Rauch. Hm. Gucken. Hm, okay. Ich hab alle betätigt. Das hat's irgendwie nicht gebracht. Hey, das macht die Tür auf. Lauf hier noch ein bisschen rum. Und jetzt... Da... Ja, laufe ich rum. Genau das. Attacke auf den... Oh. Ne, Gegner. Ah, ich glaub ich will erstmal wieder Deffen. Denn... Verteidigung... Ist das halbe Leben oder so. Ja. Fragt mich nicht. Keine Ahnung. Ja, verflucht. Und mit dir machen wir jetzt... Na, jenes welches. Ja. Kurz warten. Ja. Ja. Ich wofür, die jetzt Pause machen könnten. Okay, sorry, dass ich ungebrochen habe, aber ich... Ja. Cool. Ihr habt einfach nur verpasst, wie die angegriffen haben. Was ist das denn? Da ist er, auf der... Three Turns. Okay. Ah. Und was haben wir denn hier alles? Und das hier war der... Healer-Typ. Das hier war... Der andere... Typie und... Yo. Machen wir jetzt über den Vogel her. Würde ich sagen. Denn der Vogel hat's verdient. Ja, hier machen wir noch Barriere. Zum 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 zum. Und mit dir werden wir... Weiter Leute observieren. Dark Clay. Ich muss ja sagen, der Name ist sehr einprägsam. Water Holy Bomb. Oh, haben die alle was mit Wasser zu tun? Ich hab nur nichts, was Wasser ist. Doch, der hat eine Waffe. Wasser... So eine Wasserangriffs-Dienst. Ich muss mich auch um seinen Todesfluch... Und seinen Doom kümmern. Doch, der Doom. Wow, der wurde auch ganz schön gebufft. Haha, entschärft. Hm, okay. Dann werden wir mit ihm hier das einzig Sinnvolle machen. Hey, das haut ganz schön rein. Oder würde sicherlich ganz schön reinhauen. Ich glaube, sie werden uns zuerst um ihn kümmern. Denn er ist der Jünger und... ...der hielt ihn und bufft ihn und... ...macht diese ganzen doofen Sachen. ...für die sie hier nicht bezahlt wird. Toll. Verfehlen wir ja. Oh, verdammt. Er stirbt jetzt, oder? Hm, gay. Alter! Hör auf, den Typen zu buffen. Das kann doch nicht angehen. Hm. Ne, mit dem brauche ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr anlegen. Miss, natürlich. Ich würde sagen, greifen wir ihn hier jetzt nochmal an. Und mit ihm heilen wir ihn. Ganz. Ich hoffe, das hilft. Wenn nicht, dann ist er tot. Und? Ist es weg? Ja, ist weg. Nice. Ah, den hörst du mal auf damit. Ich bin der Einzige, der irgendwie in buffen darf. Toll, dafür habe ich jetzt schon überhaupt kein Dingens mehr. Boah, er hat es auch noch überlebt. Das kann doch nicht sein. Ja, frisst Judgment, Alter. Friss. Wenigstens knallt das ordentlich. Du kriegst sie einfach nur auf die Fresse. Ist sie jetzt auch doomed? Ja, natürlich. Das ist so unfair. Warum sind sie noch meine ganzen guten, voll dukt. Items, Food, Muffin. Sie. Wuhu, Muffin-Tie. Ne, White Magic war es ja. Und noch ein Judgment. Und, was kommt jetzt denn da? Oh, Alter, das kann doch nicht angehen. Halbe sie mal. Halbe sie mal. In Vorbereitung auf die nächste Welle. Gibt es eigentlich einen Zaun, mit dem man die ganzen Debuffs wegkriegen kann? Also, mir fällt... Also, ich habe keinen. Oder? Doch, er schon wieder. Mr. Heider first. Ja, nehmen wir den armen kleinen Vans. Nee, Lance. Habababababa. Ich müsste mir den allen mal MP auffüllen. Äh... Dafür wird es noch reichen, für diesen Dämmchen-Fogel. Oh. Fühl dich verarscht. Barriere und... Mit dem werde ich jetzt einfach das machen, was ich immer mache. Nämlich... ...Airstrike. Und zwar auf dich. Weil du nervst. Toll. Da habe ich hier wieder mal das Beste abgerufen. Was hat er jetzt gemacht? Oh, ich muss das dann auch noch heilen. Ach, natürlich Gift. Mächstes ist er dabei gestorben. So. So. Und jetzt kann sie uns ja dingseln. Regenerieren. Oh, das ist knüffig, dass es den Möbel auf dem Kopf hat. Warum? Weil es sicherlich kein Mensch. So, und einfach hier weiter drauf auf diesen Dämlichen-Priester-Typen. Auf das er verschwinden möge. Genauso und nicht anders. Was ist das hier immer noch? Das ist immer noch... Das ist doch immer noch dieses Dämliche-Fogel-Fior, oder? Kennt mich das schon seit einer halben Stunde? Das kommt mir jetzt zumindest sofort hier jetzt ab. Oh ja, ist gut, Meister. Flup, er weg. Ja. Und ich werde ihm und ihm jetzt, glaube ich, nur noch Items verteilen hier. Muffins. Das kommt zwar an ihm. Mit ihr kommt jetzt das Ding ins Kirchens. Das wie heißt es? Weiße Magie. Purify. Auch dass das Gift in der Tod verschwinden würde. Und er macht jetzt das, was er immer tut. Erste Icon. Na toll. Aber es muss immer diese Bombe sein. Die nervt einfach. Ich meine, die kann nichts.